IHK geprüfter Wirtschaftsfachwirt. Wie schwer ist die Weiterbildung? Ist die Weiterbildung überhaupt sinnvoll für mich? Und wie läuft die Weiterbildung konkret ab? Und weitere wichtige Fragen schauen wir uns in dem Video an. Herzlich Willkommen! Patrick Krabowski vom Digitalen Weiterbildungsinstitut. Und genau diese Fragen werde ich Ihnen in diesem Video beantworten. Legen wir mal gleich los. Wir sehen hier auf der Grafik den deutschen Qualifikationsrahmen. Das ist einfach nur ein Rahmen, wo man festgelegt hat, welche Weiterbildungen und welche Niveaustufen es gibt. Und die miteinander vergleichbar gemacht. Wir sehen hier, dass auf der Niveaustufe 6 der Wirtschaftsfachwirt angesiedelt ist. Und das Ganze auch gleichgestellt ist mit einem Bachelorstudiengang. Das heißt, wenn man jetzt eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen hat, dann hat man wirklich die Möglichkeit, mit diesem Wirtschaftsfachwirt voranzukommen. Viele denken jetzt, was ja auch berechtigt ist, wenn es auf derselben Niveaustufe ist, dass es extrem schwierig ist. Und ich möchte hier nicht lügen, der Wirtschaftsfachwirt ist anspruchsvoll, aber er ist machbar. Viele vorhin haben ihn auch schon geschafft. Und auch sie haben die Möglichkeit, mit der richtigen Vorgehensweise, mit dem richtigen Konzept, sich da wirklich vorzubereiten, sodass sie die Weiterbildung auch bestehen können. Also sie brauchen keine Angst haben und sich jetzt abschrecken lassen, nur weil es auf der gleichen Niveaustufe ist, dass sie da gar keine Chance haben. Ganz im Gegenteil, das haben schon viele vorhin auch geschafft. Also mit der richtigen Vorgehensweise und der richtigen Zielsetzung steht ihnen dann nichts mehr im Weg. Man muss wirklich einfach nur herausfinden, wie ist ihre konkrete Situation, über welchen Zeitraum macht es denn bei ihnen am besten Sinn, sich da vorzubereiten. Ich sage mal, wenn sie jetzt frisch aus der Ausbildung kommen, dann haben sie eine andere Ausgangssituation wie jemand, der vielleicht viele Jahre Berufserfahrung hat, der lange nicht mehr in der Schule war und der vielleicht Verantwortung für eine Familie übernimmt und hat. Dementsprechend muss man einfach gucken, was in ihrer konkreten Situation die beste Vorgehensweise bei der Weiterbildung ist. Und dafür dient halt dann auch wirklich ein Beratungsgespräch, weil in dem Beratungsgespräch schauen wir uns ihre konkrete Situation an. Aber jetzt einfach mal wichtig mitzunehmen, es ist auf dem Bachelor-Niveau, aber nicht abschrecken lassen, das haben schon viele vorhin geschafft. Mit der richtigen Vorgehensweise kriegen sie das auch hin. Und da schauen wir uns immer von jedem Teilnehmer und Interessenten in einem Beratungsgespräch persönlich an, sodass wir sie auch begleiten können zum erfolgreichen Abschluss. Wie läuft die Weiterbildung jetzt konkret ab? Die Weiterbildung bei dem IHK-gebrieften Wirtschaftsfachwahl, die besteht aus zwei Teilen. Das ist der erste Teil, das ist Wirtschaft, und der zweite Teil, das ist die handlungsspezifische Qualifikation. Also jeder Prüfungsteil kann zweimal im Jahr abgelegt werden. Das heißt, die Prüfung gibt es im Frühjahr und im Herbst. Man kann den Teil 1 im Frühjahr und im Herbst schreiben und den Teil 2 auch im Frühjahr und im Herbst. Wichtig ist, man muss halt erst Teil 1 schreiben, damit man für Teil 2 zugelassen ist und daran auch teilnehmen kann. Man kann praktisch alle Prüfungen auch im Frühjahr schreiben oder alle im Herbst. Also man kann auch alles auf einen Durchgang machen oder man kann das splitten, sage ich mal, dass man ein halbes Jahr Zeit dazwischen hat. Ob das sinnvoll ist, wage ich gleich mal hier anzusprechen, weil viele denken halt, hey, wenn ich die Weiterbildung über ein halbes Jahr oder über ein Jahr mache und ich habe zwischen den Prüfungen ein halbes Jahr Zeit, dann tue ich mir doch einfacher damit. Das muss nicht immer so sein, weil ich sage mal, dieser erste Teil, der baut stark auch auf den zweiten Teil drauf auf und wenn man dann einfach ein halbes Jahr Puffer dazwischen hat, dann vergisst man natürlich auch viel, weil es gibt ja einfach viele Synergien, also viele Sachen, die sich wiederholen, die auch ähnlich sind und das baut halt logisch aufeinander auf. Ebenso könnte man sagen, hey, ich mache den Wirtschaftsfachwirt zum Beispiel über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren. Da ist halt die Frage, wenn sie da dreimal in der Woche Unterricht haben, ob sie dann noch irgendwann gerne hingehen oder ob sie sich da mehr oder weniger hinschleppen und sowieso gar nicht mehr richtig zuhören, weil sie gedanklich woanders sind, weil der Zeitraum einfach so lang ist. Also das macht wirklich Sinn, da herauszufinden, was ihre Ziele sind, was ihnen wichtig sind, weil manchmal macht es tatsächlich Sinn, einfach zu sagen, ein halbes Jahr Augen zu und durch. Und dafür sind halt diese Beratungsgespräche auch da. Und wie läuft die Weiterbildung jetzt konkret ab? Welche Fächer gibt es in diesen beiden Prüfungsteilen? In der wirtschaftlichen Qualifikation, da haben wir vier beschriftliche Prüfungen, die bestehen einmal aus Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre, aus Rechnungswesen, aus Unternehmensführung und aus Recht und Steuer. Und der zweite Prüfungsteil, die handlungsspezifische Qualifikation, die besteht dann auch aus zwei schriftlichen Prüfungen nochmal. Das ist einmal Marketing und Vertrieb, Führen und Zusammenarbeit, Investition, Finanzierung, betriebliches Rechnungswesen und Controlling und Logistik. Also man kann sich das so vorstellen, bei der handlungsspezifischen Qualifikation hat man zwei schriftliche Prüfungen. Das sind aber vier verschiedene Fächer und die sind aufgeteilt. Und diese zwei Prüfungen, da brauchen wir auch insgesamt 100 Punkte, um diese Prüfungsteil handlungsspezifische Qualifikation dann erfolgreich bestanden zu haben. Schauen wir uns mal, beziehungsweise dann gibt es zum Schluss noch ein Fachgespräch, das ist so eine mündliche Prüfung, da können praktisch Inhalte von dem handlungsspezifischen Bereich abgefragt werden und da wollen die Prüfer einfach sehen, ist da auch wirklich ein Fundament an Wissen da. Aber diese Fachgespräche sind in der Regel kein Problem, wenn man die schriftlichen Prüfungen bestanden hat. Da helfen wir natürlich auch immer ganz gerne, machen Prüfungssimulationen und bereiten die Teilnehmer vor, sodass sie die Prüfungen bestehen. Was jetzt aber wichtig ist, wir wollen uns einfach mal die einzelnen Inhalte von den Fächern angucken, was genau wird denn da vermittelt. Bei der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, da wird natürlich das staatliche Wirtschaftssystem erklärt, wie funktioniert praktisch der Wirtschaftskreislauf, ja, also was ist wichtig, wie funktioniert eine Volkswirtschaft, welche Konjunkturzyklen gibt es da, ja, wie funktioniert es mit der EZB, mit dem ganzen Geldsystem auch, was ist die Konjunktur, wie funktioniert die Wirtschaft, ja, aber auch wirklich die Lehre innerhalb von dem Betrieb, welche Funktionen gibt es, wie arbeiten die zusammen, welche Kernprozesse gibt es und welche Supportprozesse gibt es, ja, in dem Unternehmen und wie funktionieren und harmonieren die. Dann gibt es beim Rechnungswesen natürlich Inhalte, da geht es um Rechnungswesen, also um Kalkulation, um Kostenplanung, um die ganzen Inhalte, wie kommt der Preis von dem Produkt zustande, ja, im Bereich Unternehmensführung, da schauen wir uns wirklich den Betrieb an, wie tut man den Betrieb aufbauen, also vom Organisatorischen her, vom Organigramm, von dem Prozesslichen her, aber auch, wie führt man Teams, welche Führungsansätze gibt es, was sind strategische Sachen, also vom Top-Management und was sind halt Sachen vom Mittel- und vom Lower-Management, wo halt um die operative Umsetzung von einem Unternehmen geht. Und bei Recht und Steuer, da geht es dann halt auch um rechtliche Grundlagen, um vertragliche Grundlagen und halt um steuerliche Themen. Steuer wird zum Glück nur angeschnitten, ja, man macht jetzt hier kein Steuerfachwirt, ja, oder man macht hier keine Steuerprüfung, weil das doch ein sehr trockenes Thema am meisten ist, aber dementsprechend wird es ja auch nur minimal angeschnitten. Und bei der handlungsspezifischen Qualifikation, da geht es halt um Marketing und Vertrieb, ja, also Marketing praktisch, welche Möglichkeiten gibt es, sich zu positionieren, wie positioniert man sich, wie wird man als Unternehmen wahrgenommen, ja, und welche Vertriebsmöglichkeiten gibt es, also wie kann man die Ware an den Mann bringen, wie kann man das verkaufen und welche Inhalte muss man hier berücksichtigen. Führen und Zusammenarbeit ist deshalb wichtig, weil der Wirtschaftsfachwirt ist natürlich auch in der Lage, eine Führungsposition in einem Unternehmen wahrzunehmen, also leitender Angestellter zu werden und aus dem Grund werden hier halt auch die theoretischen Inhalte vermittelt, dass man wirklich auch ein Team führen kann und da eine Sensibilisierung hat, was wirklich wichtig ist. Und dann in dem nächsten Teil, der umfasst viele Zahlen, da geht es um Investitionen, Finanzierung und betriebliches Rechnungswesen und Controlling und letzten Endes kann man das ganz kurz zusammenfassen. Als Unternehmer trifft man keine Entscheidungen aus dem Bauch heraus, weil das kann gravierende Auswirkungen haben. Man guckt sich immer an sogenannten KPIs, also Key Performance Indicators an, das sind einfach Kennzahlen und trifft basierend auf Zahlen Entscheidungen. Und das wird halt hier genauer angeguckt. Man versucht halt zum Beispiel zwei verschiedene Projekte oder Maschinen zu vergleichen und versucht halt anhand von Zahlen, Daten, Fakten herauszufinden, welche Investition besser ist. Also dass man halt auch für das Unternehmen eine gute Entscheidung treffen kann. Und beim Thema Logistik, da geht es halt um die ganze Logistik, das heißt von der Beschaffungslogistik, vom Einkauf über die interne Logistik in meinem Unternehmen bis hin dann auch zum Endkunden oder zum nächsten Unternehmen. Also die komplette Wertschöpfungskette auch. Und das Fachgespräch ist dann zum Schluss nur noch eine Prüfung, eine mündliche Prüfung, wo man eine kleine Präsentation hält und da dann halt noch ein paar Fragen dazu gefragt wird. Und das ist praktisch so der Ablauf von der Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt. Und wenn das jetzt für Sie interessant klingt, dann gehen Sie doch einfach mal auf patrickrabowski.de. Den Link haben Sie hier rechts unten eingeblendet. Und tragen Sie sich einfach mal für ein kostenloses Beratungsgespräch ein, weil da finden wir einfach gemeinsam heraus, ob die Weiterbildung das Richtige für Sie ist, welcher Zeitraum auch für Sie am besten ist und wie wir Sie dann auch am besten unterstützen können, sodass Sie Ihre Weiterbildung erfolgreich bestehen und bald Wirtschaftsfachwirt oder Fachwirtin sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.